Willkommen zu einem neuen Video vom Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant. Sie haben uns ein Auto mit einem kaputten Turbo gebracht, und dieser Turbo ist kaputt, weil das PCV-Ventil verstopft ist. Aber die Motoren normalerweise warnen sie sie, bevor dies geschieht, dass der Turbo kaputt ist. Da das PCV-Ventil verstopft ist, entsteht im Motor ein Überdruck, der den Fluss des Öls, das den Turbo schmiert, erschwert. Weshalb der Turbo kaputt gegangen ist, aber ich habe vor langer Zeit schon ein Video mitgemacht an Motor wie dieser, warnend, dass dieses Problem auftreten würde. Ich habe dem Besitzer dieses Autos bereits gesagt, dass er dieses Video gesehen hätte, wenn er meine Videos gesehen hätte, wenn er meinem Kanal gefolgt wäre, und diese Banner hätte vermieden werden können, das ist ein Opel 1700 CDT-Motor. Schauen Sie, dort werden Sie sehen, wie der Turbo das Öl aus dem Motor abgepumpt hat. Wie gesagt, hier ist das Problem klar, das Ventil, das PCV, die positive. Kurbelgehäuseentlüftung ist verstopft, aber wenn man sich den Motor dieses Autos anschaut, sieht man schon, wie die Dichtungen, die auch Einspritzlichtringe genannt werden, mit Öl überschwemmt sind, das bedeutet, dass der vom Motor erzeugte Druck einen Auslass sucht. In diesem Fall durch die Dichtungen, bei anderen Motoren wird man feststellen, dass das Öl durch die Ventildeckeldichtung oder die Ventildeckeldichtung austritt, bei anderen kann es auch durch die Vakuum-Pumpendichtung austreten, was, wie gesagt, durch den Druck verursacht wird, das hat der Motor, okay? Okay, das sind Anzeichen dafür, dass etwas passiert ist. Wenn der Besitzer dieses Autos in die Werkstatt gekommen wäre und gesehen hätte, dass dort Öl war, dann wären all diese Probleme vermieden worden, denn es handelt sich um eine Banne, das kostet fast so viel wie dieses Auto. Schauen Sie, hier werden Sie sehen, ich stecke ein Stück Papier. Durch den Auslass des PCV-Ventils und dieses Stück Papier sollte vollständig mit Öl gefüllt sein. Und es stellt sich heraus, dass es kaum noch Öl enthält, hat irgendwelche Ölflecken, dieses Teil ist tatsächlich innen sehr trocken, das deutet darauf hin, dass bereits gewarnt wurde, dass dieses Ventil verstopft ist. Wenn ich darauf geachtet hätte, wäre der Bruch des Turbos vermieden worden, und außerdem jetzt müssen wir auch die Dichtungen oder Dichtungsringe, der Einspritz-Desen austauschen, die ja gar nicht zu billig sind, okay? Nun, hier haben Sie dieses kurze Video, wenn es Ihnen nützlich war, dann vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und es zu abonnieren zum Kanal.